Moin Leute, was geht und willkommen zu einer Folge Heyday. Das Spiel habe ich echt lange nicht mehr gespielt. Wir holen uns direkt ein Paket. Geht mir was? Ich habe doch 10. So. So können wir das aber jetzt machen. Ja. Jetzt sollte hier gleich ein Paket. Ja, perfekt. Ich habe hier auch gerade was Schönes geschenkt bekommen. Das hier. Das würde ich auch sehr gerne hinstellen. Hier könnte ich dich hinstellen. Hier würde ich es auch hinstellen. Ich werde vielleicht gucken, ob ich auch noch ein paar Ostersachen hier habe. Das passt eigentlich ganz gut zu Ostern. Erst mal die Weihnachtssachen hier weg. Ich habe so viele Weihnachtssachen. So. So. Bam, bam. und noch das jetzt habe ich hier ja so ein bisschen platz der passt hier nirgends hin ab dahin da ist er drauf passt nur noch nicht perfekt machen wir das ja auch noch mal weg weil der teig den möchte ich schon gerne haben ich spiele das spiel halt wirklich nicht gerade oft deshalb habe ich auch die hässlichste farm der welt noch ein paar ostereier dann kann ich euch ja noch ein bisschen meine farm zeigen hier hier habe ich schon ein paar pokale trophäen was auch immer wir sind so ein bisschen meine bäume und büsche hier ist mein feld hier sind ein paar von meinen tieren meine tiere habe ich ja so ein bisschen nach hier umgesetzt die waren mal hier aber dann habe ich halt hier waren dann habe ich halt angefangen umzubauen hier sind mein noch die restlichen tiere noch so ein paar dinger dinger Maschinen wie ging das hier noch mal so nehmen wir mal einfach so mit ich würde dann aber mal sagen das war es mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst gerne eine positive bewertung da und auch ein abo würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten mal ciao Ciao!